Also, ich sitze jetzt hier in Spanien, St. Paul de Mar, Deutschland, hat gerade mit einem grandiosen Tor durch Philipp Lahm in der 90. Minute die Türkei geschlagen und denen auch mal gezeigt, dass man in der 90. Minute auch mal Tore bekommen kann. Und auf diese grandiose Leistung werde ich jetzt eine Darbietung mit meiner heute für 3 Euro erworbenen Panzer-Tipp spielen. Als Song habe ich mir Udo Jürgens griechischer Wein ausgesucht, weil es etwas südlich ist, zu meiner ordentlichen Stimmung. Das war's für 3 Euro. Das war's für 3 Euro. Das war's für 3 Euro. Untertitelung des ZDF, 2020